hallo leute und herzlich willkommen bei neuen folge von sky was heute wieder mit sara ich bin heute auf bis sie leute ein bisschen musste mich ja der farb zwingen wegen minecraft ja ich weiß ja aber aber ich halt ich weiß aber aber morgen kommt morgen kommt was anderes wieder leute also seid schon geschworen seid gespannt was morgen kommt leute das wird morgen witzig jetzt schon wettet ihr auf jeden fall mit daniel auch ja alle wenn nach das kriegen morgen leute also wer da keine muss jetzt ehrlich sein naja es war schon echt witzig das video haben wir gerade aufgenommen also wenn man da nicht lacht weiß auch nicht was mit dem schief ist genau ich bin schon beim anderen team aber dieses video bleibe ich mal ernst oh mein gott oh mein gott hab den ich hab gerade ein block was ich bin tot ich hab ich hab zwei ich hab zwei kills und bin dann tot oder was nein nur sind meine ganzen sachen liegen hier nein da drüben was das denn epic fail leute ja gut ja hier sind die ganzen sachen hier ich hab grad übrigens das kartipack drinnen ich finde das echt nice ist es ja auch ich auch gerade ich hab das ja nicht drin fabian auch ist doch nice dann haben wir alle beide ich würde schon sagen wir passen gut zusammen ja also ich mag nur mit leuten zusammen sein mit denen ich auch gut zusammenpasst und ich finde ich und Fabian passen schon echt gut zusammen ja er selber sieht es ja auch so ja also Leute schreibt es auf jeden fall in die kommentare was ihr darüber denkt ja schreibt mal bitte ich liess auf jeden fall durch ja ich schaue mir oft seine videos an und da lese ich auch oft im chat mal durch schaue ich dann heute auch mal irgendwie macht mein köpft doch spaß hä warum denn nicht weil ich zurzeit kein book hatte auf mein köpfen jetzt auf einmal macht es mir spaß ja du musst einfach wollen wir danach weiter spielen mein köpfen ja wenn du willst gerne ja fragt mich wieso ach ich denk mir gerade so naja ja moin du denkst dir wahrscheinlich so äh aber sowas von ist so ja oh mein gott leute so ist halt mein schatz warte ich weiß nicht wie es aussieht das wird der beste abelki auf erden ok bin ich gespannt ja du bist runtergefallen ich bin nicht auf den slime block gelandet auf der kiste oder was ne oder nein oder dein scheiß ernst schon wieder Leute was ist bei uns falsch gerade was ist das Leute was ist heute los hast du fällst schon wieder was ist was nein oder nein oder ich bin runtergefallen oh mein gott oh mein gott oh mein gott leute die gehen beide auf mich die gehen beide auf mich oh mein gott oh mein gott der eine ist tot oder der andere ist auch tot der andere ist auch tot nice ich hab dir geholfen ja auf jeden fall leute wisst ihr nicht worüber wir gerade lachen oder ich glaube nicht oder nein mal oh man auch dein handy schon wieder in der aufnahme was 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 passiert denn noch alter naja kommt ein lauter kracher sind böller alter so wie bei silvester und auf einmal kommt jetzt noch das hier oder was komm stirb bitte 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 ja hau mich runter am hahn machen wir noch eine letzte auch dieser gormel low alter ganz ehrlich das war ein low low boy ist so schatz wie du immer im whatsapp schreiben willst ja ich weiß weil meine freundin gerade gestimmt und ich muss hier antworten ich weiß ist so bei uns niederzahlen ne ist mir auch schon aufgefallen ja was ist heute los wieso so viel love flash halt oh wie schuldig hä was denn leute leute was ist heute los ich bin grad bei einem anderen team oh man ich bin jetzt tot geil weil ich beim anderen team war meine freche alte Fabian das geht gar nicht klar oh man was ist heute los leute oh man was ist das für ein video heute leute oh man ey du noch einer es tut mir so leid man irgendein low bob irgendein low bob in der mitte alter ja genau in die low bob in der mitte guck mal mal auf baukünste easel hä was mit dem internet was mit dem internet schon wieder los alter mann das kann ja nicht sein alter was ist das schon wieder mann das ist ja ja jetzt auf einmal alter über 3 alter mann dieser ping immer wieder alter warum ist der ping immer so scheiße mann so häufig ist das ist der ping scheiße in der nacht ist der ping auf 30 und was passiert ach mann in der nacht ist der ping so krass gut und am und am abend ist der ping einfach nur scheiße mann da ist scheiß ernst alter oh mann ja gut leute das heißt auf jeden fall das video ist auf jeden fall zu ende leute und ich würde sagen bis zum nächsten mal und tschau ciao ja 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 ja